Vor unseren Augen veränderte sich die Welt. Ein linker Bundeskanzler nach fast 40 Jahren. Zwölf Jahre Hitler. Vier Jahre Besatzungsteil. 20 Jahre Konservativismus und kalter Krieg. Und auf einmal die Hoffnung auf Bewegung in Europa. Einer von uns sind Bundeskanzler. Und Vertraulichkeit garantiert. Du brauchst jemand von der Basis. Einfache Leute, die dir sagen können, was der Mann auf der Straße denkt. Was mich aber einbildet mir will, ist, was Politiker und Beamte nicht aufschreiben. Klatsch und Tratsch. Wer hat weh das Messer? Hintergrundinformationen. Und am meisten wissen wollen wir natürlich über... Die Ostpolitik. Die Ostpolitik. Wir haben den Weg gesagt. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Was immer das heißen würde. Er ist mein Vorbild. Meine Hand würde ich für ihn ins Feuer legen. Helmut Schmidt. Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit müssen wir schon etwas ernster nehmen, Herr Bundeskanzler. Der Verfassungsschutz ist hinter einem Schläfer her. Jemand bei uns in der Partei. Kriegt das mit, Herr Guillaume? Denn daran wird sich die Welt erinnern. An diesen langen Augenblick. Als der Deutsche, der eigentlich überhaupt keine Veranlassung dazu hatte, zurückkehrte an den tiefsten Punkt der deutschen Geschichte und für uns alle geknickt hat. Ich bin für einen Spion gehalten worden. Ist dir das auch schon passiert? Ein Spion? Nein. Ich will, dass er einsieht, dass es für mich genauso hart war wie für ihn. Im Brandkapitel ist und immer deinen Absatz hart. Wie soll es sein? Ich bin für einen Spion.